Grüßet meine Damen und Herren, willkommen zum Traders Podcast heute mit dem, wenn man so will, Spezial. Wir sprechen heute kurz über das Thema Schweizer Notenbank, was passiert ist am letzten Donnerstag und die Konsequenzen daraus. Ich habe es mal als Schock am Donnerstag bezeichnet. Dieser Schock kam gegen 10.30 Uhr und drückt sich in einem Wochenchart wie folgt aus. Wir haben hier den Euro zum Schweizer Franken. Wenn die Kurve fällt, dann heißt es, der Euro ist schwächer. Wenn die Kurve steigt, wie zum Beispiel hier heißt es, der Euro ist stärker und umgekehrt natürlich hier der Schweizer Franken schwächer und hier der Schweizer Franken stärker. Was passiert ist am letzten Donnerstag? Man sieht es, wenn man sich den Chart hier mal anschaut, das beginnt hier im Jahr 2011. Der Euro ist um die Marke von 1.20 gependelt, mehr oder weniger. Nicht mal 1.20.5, mal auch in der Spitze 1.22.50, knapp 1.23 sogar. Und diese Kursbewegung hat die Ursache darin, dass die Schweizer Notenbank eine Kursuntergrenze, einen sogenannten Floor, für das Währungspärchen Euro, Schweizer Franken definiert hat. Das gilt wirklich nur für Euro gegen Schweizer Franken, also nicht zum Beispiel gegen den Dollar zum Schweizer Franken. Und diese Untergrenze ist am letzten Donnerstag aufgehoben worden. Was ist so eine Untergrenze? Die Untergrenze ist letztlich nichts anderes als so eine Art geldpolitisches Instrument, also als Teil der Währungspolitik, um den Schweizer Franken nicht noch weiter erstarken zu lassen. Das hat die Schweizer Notenbank hier eingeführt, also im Jahr 2011, also nach fast, oder nach guten drei, dreieinhalb Jahren. Experiment kann man jetzt sagen, hat man dieses Experiment beendet, mit Schrecken beendet. Zu den Zahlen kommen wir gleich. Und was an so einer Untergrenze passiert ist letztlich, dass die Schweizer Notenbank immer dann, wenn der Euro in Richtung 1,20 gelaufen ist, Euro gekauft und Schweizer Franken verkauft hat. Das führt in einer Notenbankbilanz zu einer Expansion der Bilanz, also zu einer Bilanzverlängerung. Und diese Bilanzverlängerung drückt sich halt so aus, dass man einfach Devisenreserven aufbaut. Die Schweizer Notenbank hat in den letzten Jahren die Devisenreserven im Bereich Euro auf fast 500 Milliarden Schweizer Franken aufgestockt. Also eine große Summe, wenn man es in absoluten Zahlen betrachtet, wenn man es in relativen Zahlen betrachtet, hat die Schweizer Notenbank diesen sogenannten Floor relativ gesehen so lange verteidigt, dass die Euro-Devisenreserven bzw. die Bilanz der Schweizer Notenbank relativ gesehen, also in Prozent gemessen, stärker gewachsen ist als die Bilanz beispielsweise von der EZB oder auch von der amerikanischen Notenbank der FED. Man hat das Experiment jetzt aufgegeben. Ich nenne es einfach mal so Experiment, weil im Nachhinein können wir das als Experiment bezeichnen, weil man aus irgendwelchen Gründen jetzt nicht mehr diese Euro-Bestände ansammeln wollte. Man könnte jetzt ausführen, das baut sich potenziell, potenziell bauen sich Inflationsgefahren auf. Naja, das meine ich jetzt, hat die Schweiz dieses Problem jetzt nicht. Und was natürlich jetzt auch passiert ist durch die Aufgabe dieser Kursuntergrenze, dass die Schweizer Exportwirtschaft natürlich enorm geschwächt worden ist. Also ich muss mir einfach vorstellen, wenn Sie es heute in der Schweiz beispielsweise oder ein Schweizer Produkt kaufen, zum Beispiel eine Uhr, dann ist die, wenn der Exporteur, der Schweizer Exporteur das gleiche in Schweizer Franken erlösen möchte, wie jetzt noch letzte Woche oder vor zwei Wochen, ist die heute knapp 30% teurer, 25% teurer als noch letzte Woche. Also es ist so ein kleiner Schock auch für den Exportsektor. Oder stellen Sie einfach vor, Sie fahren in die Schweiz im Urlaub. Die Schweiz ist ja jetzt auch nicht bekannt dafür, dass es so ein Discount-Urlaubsland ist oder war es nicht bis letzte Woche. Dann ist Ihr Hotelzimmer, Ihr Skipass jetzt plötzlich 25, 30% teurer geworden, weil Sie einfach diesen Währungsverlust beim Euro jetzt haben, diesen Wertverlust und umgekehrt natürlich den Wertgewinn beim Schweizer Franken. Was hier passiert ist, man sieht das, wie gesagt, das ist ein Wochenschart, ich zeige Ihnen gleich die Minutenschart. Man sieht das am Wochenschart natürlich unglaublich deutlich. Der Euro ist binnen Minuten von 1,20 auf, naja, je nach Datenfeed, je nach Datenanbieter, gefallen irgendwo in den Bereich 85, 80, 0,8, 0,85. Also ein Kursverlust von einer Spitze 33%. Damit haben wir richtig hot aufgestellt, denn eigentlich gab es unter den etablierten Währungen noch nie so einen starken Kursverlust in so kurzer Zeit. Das lag natürlich daran, dass die Schweizer Notenbank diese Maßnahme überraschend treffen musste. Überraschend natürlich deshalb, weil hätte man was verlauten lassen, im Sinne von, ja, wir denken über das Peck nach, über diesen Floor nach, naja, dann hätten natürlich Spekulanten gegen diese Grenze gewettet und hätten letztlich die Schweizer Notenbank als Kontrahenten gehabt, die natürlich dann hätte intervenieren müssen, denn offiziell hätte es das Peck ja diesen Flooren dann noch gegeben. Also insofern hat man natürlich den Spekulanten so ein kleines bisschen den Wind aus den Segeln genommen und hat gesagt, hier an dem Punkt, wir setzen die Notenbank, äh, diese Untergrenze jetzt ab sofort aus, oder wir streichen diese Maßnahme aus unserem geldpolitischen Repertoire, sodass der Euro letztlich abgestürzt ist. Jetzt aktuell pendelt er so um die Marke von 1. Man sieht das hier am Minutenchart. Letztlich diese Kursbewegung um 1,20 ist eigentlich gar nicht mehr zu erkennen. Denn letztlich sieht man nur einfach diesen Downfall, diesen Absturz von 1,20 bis, ja, in der Spitze 0,85. Wie gesagt, Gründe über Konsequenzen fundamentaler Art kann man eigentlich wieder ein eigenes Seminar erhalten. Das ist auch jetzt nicht Gegenstand von dem heutigen Tag. Wir haben eben über Schäden gesprochen, ich habe die Exportwirtschaft angesprochen. Es gibt natürlich noch andere Schäden, nämlich bei Brokern, aber auch bei Anlegern, die, wie ich meine, nicht ganz zu Unrecht in diesem Währungspärchen long waren. Warum nicht ganz zu Unrecht? Naja, weil immer wieder dieses Peck, diese Untergrenze bestätigt worden ist. Am Dienstag vor dem Downfall, also knapp vor einer Woche, hat sich nochmal ein Direktorungsmitglied von der Schweizer Nationalbank, der SNB, hingestellt und gesagt, die Dantine, Jean-Pierre Dantine, die Untergrenze gehört zu unserem geldpolitischen Cornerstone, zu unserem geldpolitischen Eckpfeiler. Daraus hätte man jetzt nicht unbedingt schließen können, dass zwei Tage später dasselbige dann abgeschafft wird. Oder Thomas Jordan, der Präsident der SNB, der noch auf der Dezember-Sitzung konstatiert hat, und dass dieses Peck mit allen Mitteln verteidigt wird. Naja, jetzt kann man natürlich ein bisschen über die Glaubwürdigkeit von Schweizer Notenbanken sprechen. Aber wie gesagt, das ist kein Thema heute. Aber nichtsdestotrotz gab es meines Erachtens jetzt schon Gründe, dass man als Spekulant, als Trader gesagt hat, okay, wenn denn die Bekräftigung der Notenbank so aussieht, dann kann ich auch auf die Longseite gehen und mir die Longseite dann einfach mal nehmen. Denn diese 1,20 war natürlich sowas wie ein eingebauter Put oder ein eingebauter Stopp-Loss, da die Notenbank das Versprechen abgegeben hat, hier zu intervenieren und diese Marke zu verteidigen. Allerdings ist das nicht passiert, wie wir jetzt wissen. Was es am Markt ausgelöst hat, sieht man eigentlich ganz gut hier. Nach so einer Maßnahme gibt es natürlich keinerlei Liquidität mehr. Und Liquidität, die Prämie auf Liquidität äußert sich natürlich immer im Spread. Nicht umsonst hat der Euro-Dollar, der das liquideste Währungspart der Welt ist, auch den niedrigsten Spread. Und zwar ganz generell, abgesehen jetzt vom letzten Donnerstag. Und was beim Schweizer Franken passiert, ist hier die rote Linie im Vergleich zum Euro. Der Spread hat sich geweitet. Und zwar auf 6,489, roten wir mal auf auf 6,5, aber nicht 6,5 Pips, wie Sie jetzt glauben, sondern 6,5 volle Punkte. Mit anderen Worten, 6.500 Pips, 6.500 Pips. Bei einigen Brokern gab es sogar Spreads von 10.000 Pips. Mit anderen Worten, 6,5 Cent oder 10 Cent. Also sprich, man verkauft eine Währung, sagen wir mal, zu 1,0,0. Und wenn man es im gleichen Moment zurückkaufen wollen würde, müsste man 1,10 zahlen, also 1,10. Also das ist praktisch jetzt schon der Trade eines Währungslebens gewesen, nämlich 10 volle Punkte in der Währung zu machen. Das ist schon jede Menge Holz. Und wie man hier sieht, haben wir diese enorme Spread-Ausweitung gehabt. Und das schlägt sich natürlich enorm nieder in dieser Kurve, in dieser roten Kurve, die einfach den Spread uns dann visualisiert. Also 6,5 Pips, nochmal 1 Cent 100 Pips, mal 6,5, 650 Pips Spread. Wie gesagt, in der Spitze bis zu 1.000 Pips Spread. Das drückt eigentlich das Chaos am Devisenmarkt am besten aus. Was hier passiert ist, wie gesagt, im Normalfall beim Euro-Dollar haben Sie so 1,5 Pips im Euro-Schweizer-Franken. Vielleicht 2 Pips im Spread und der ganze Spread in Pips ausgedrückt hat sich mal knapp verdreihundertfacht, wenn man das mal hier so sieht. Die Konsequenzen, die sich hier heraus ergeben haben, 35% Währungsverlust, Sie wissen, dass man die Forex, die ADDFX-Markt nicht, oder dass man den handelt normalerweise mit Leverage. Man hat jetzt auf Seiten der Anleger in der Regel Ausführungen bekommen, die natürlich bei weitem entfernt waren vom aktuellen Marktpreis oder vom gefünschten Stop. Also meine, die sogenannte Slippage, wenn man von der überhaupt noch sprechen möchte, lag halt im schlimmsten Fall bei ein paar hundert Pips einfach und vielleicht bei ein paar tausend Pips sogar. Aber was jetzt die Konsequenz davon ist, ist letztlich, dass der Broker, jetzt kommen wir zu den Brokern, auf Beständen sitzt, wo er weiß, eigentlich gibt es zwar eine Nachschulpflicht gegenüber dem Kunden, der Kunde müsste eigentlich nachzahlen, aber wie wahrscheinlich ist das? Mir selber ist ein Konto bekannt, was von 50.000 Euro auf mehrere Millionen Euro Minus gerutscht ist. Also theoretisch würde jetzt der Kunde mehrere Millionen Euro nachzahlen müssen, aber man hat natürlich dann auch die Frage, wie werthaltig, die Frage des Brokers, wie werthaltig ist diese Forderung? Und deshalb haben einige Broker schon mal entweder eine Gewinnwarnung veröffentlicht oder aber auch, wie im Falle jetzt zum Beispiel von Alpari, sogar ein Insolvenzverfahren eröffnen müssen, weil man einfach sagt, von diesen, bei Alpari waren es 45 Millionen Verlusten, können wir höchstwahrscheinlich wirklich nur einen Bruchteil wieder eintreiben von den Kunden und das reicht dann nicht mehr aus, um unser regulatorisches Eigenkapital aufrecht zu erhalten, schon mal gar nicht, aber auch, um einfach in den Insolvenzfall zu kommen und dann meldet man einfach diesen Insolvenzfall an. Man sieht hier in der rechten Spalte die geschätzten Verluste der Broker. Alpari ist sicherlich ein bekannter, ein sehr bekannter, wie ich finde, Name, der diesen Insolvenzverfahren angemeldet hat. Excel, ein weiterer Broker aus Neuseeland, ebenfalls insolvent. Und ansonsten gab es große Verluste, der größte Verlust, der so angefallen ist, FXCM mit über 225 Millionen Dollar. Man sieht es hier, die sind am letzten Freitag noch in einer Nacht-und-Nebel-Aktion sozusagen verkauft oder gekauft worden, ebenfalls von einem OS-Broker, sodass auch die Kunden konnten mitgenommen werden können. Dann muss ich dazu sagen, ich, das mag jetzt nicht repräsentativ sein, aber ich habe noch nichts davon gehört, was mit den negativen Kundensalden jetzt passiert. Schreibt man die ab, streicht man die, erlässt man die den Kunden oder treibt man die ein? Alles das ist noch in dem Fall FXCM offen. Mehr dazu aber auch gleich später. Es gibt ansonsten, ich habe hier mal einige Broker aufgelistet aus dieser Quelle, die Sie hier unten sind, ForexMagnates.com, die Statusmeldungen abgegeben haben. Sie sehen, bei vielen läuft Business as usual, zum Beispiel bei AlphaTrade läuft Business as usual. Es läuft allerdings auch bei, zum Beispiel, Dukas Copy Business as usual. Es läuft auch bei vielen anderen Business as usual, also sind nicht alle so betroffen worden, wo man konkrete Zahlen natürlich hat und das ist wiederum positiv, sind bei Börsennotitenbroker, wie zum Beispiel IG, man kennt die noch als IG Markets, die haben relativ schnell nach diesem Einschlag gemeldet, dass man im schlimmsten Fall, also sollte wirklich kein Euro an Kundengeld mehr zurückkommen, 45 Millionen US-Dollar zurück oder verliert. Das ist für 2,5, 3 Milliarden Unternehmen, Börsennotiert, wie gesagt, verkraftbar. Allerdings ist natürlich auch viel Geld, was über die Wuppe geht. Interactive Brokers ähnlich, 120 Millionen, auch hier haben wir eine Notiz. Und auch hier ist der Verlust heftig, schlimm, allerdings verkraftbar. Was noch auf dieser Grafik logischerweise nicht enthalten ist, und da kann ich Ihnen auch wenig drüber sagen, ist, was jetzt noch alles kommt, was noch an Leichen im Kellern liegt. Denn das ist so, wie wenn der Sturm durch Ihr Haus braust. Man braucht ein bisschen, bis man hier weiß, was Sache ist, bis der Status Quo ermittelt worden ist. Und insofern dauert das noch ein kleines bisschen. Ich rechne, wenn die Woche vorbei ist, eigentlich damit, dass man dann wirklich Wasserstandsmeldungen hat, dass man dann weiß, wie es weitergeht. Sie wissen natürlich auch noch nicht, inwiefern die Ertragslage von Brokern beeinträchtigt worden ist, die jetzt nicht meldepflichtig sind, durch die Börsennotiz zum Beispiel. Insofern sind das natürlich alles noch so, ich sage mal, dunklere Wolken, die noch da sind. Diese werden wir dann irgendwann auch verziehen werden. Also das ist so der Abriss. ETX Capital, auch ein Broker, mit dem wir zusammenarbeiten. Auch hier Business as usual, was man gemeldet hat. Also insofern, das ist so ein kurzer Ausflug in die Brokerlandschaft. Der Schaden bei den Brokern, der hier entstanden ist, ja, er geht, wenn man es großzügig rechnet, so locker in den Bereich Milliarde. Wie gesagt, Sie wissen nicht, was an versteckten Verlusten noch da ist, die jetzt nicht auf dieser Tabelle dastehen, aus unterschiedlichen Gründen. Kommen wir jetzt zum Anleger. Der Anleger hat in der Regel Preise natürlich bekommen bei der Ausführung. Es gibt, mir selber sind mehrere Fälle bekannt, die tatsächlich bei IG zu 1,199 ausgeführt worden sind. Was natürlich eine sensationelle Ausführung ist, in Anbetracht des, was eigentlich hätte passieren können. Es gibt aber auch Anleger, die bei anderen Brokern oder teilweise auch beim gleichen Broker sehr viel schlechter ausgeführt worden sind, zum Beispiel mit 0,95. Letztlich hat es damit zu tun, dass der Broker selber keinen, oder angewiesen war auf seinen Liquidity Provider, also von dem er dann die Liquidität bezieht, Deutsche Bank zum Beispiel. Und die Möglichkeit, das ist in den allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt, dass der Kurs dann nachträglich korrigiert wird, die hat der Broker. Hat auch nicht ganz zu Unrecht, muss man ganz fairerweise sagen, weil natürlich irgendwo der Marktpreis auch fair ermittelt werden muss. Und das ist natürlich schlecht möglich, wenn ich jetzt wirklich nur in Anführungsstrichen kleinere Privatkunden ausführe und im Vergleich dazu keinen Preis meines Liquiditätsproviders habe. Also mir ist bekannt, dass ETX Capital die Abrechnungspreise, die Ausführungspreise im Nachhinein nochmal korrigiert hat, auf 1,06, okay, das sind, also wenn man so will, 14 Punkte, die man sozusagen schlechter ausgeführt hat, als der Markt dann war, oder beziehungsweise der mögliche Stopp gewesen wäre, U-Club unter 1,20, Alpha Trade hat bei 1,045 ausgeführt. Also auch das sind Ausführungspreise, die man so ein kleines bisschen als Referenz nehmen kann, wenn man jetzt in Gesprächen mit Brokern ist, weil man zum Beispiel in einem Margin Call liegt und jetzt die Frage erörtern muss, wie geht es weiter. Viele Kunden haben eine negative Balance, das bedeutet, sie sind in einer Nachschusspflicht, sie müssen Geld nachschließen. Das ist letztlich einfach das Risiko eines gehebelten Kontos. Man muss natürlich sagen, dieses Event ist, ich will nicht sagen einmalig, aber es ist schon ein extrem, extrem, extrem Event, was wir jetzt da hatten und es ist schwer jetzt aus dieser allgemeinen Depression heraus zu sagen, es wird nie mehr sowas vorkommen, aber normalerweise hat man natürlich im FX-Markt diese Extrembewegungen nicht. Und insofern würde ich Sie jetzt nicht ermuntern, den FX-Handel für immer und ewig in die Ecke zu stellen, sondern einfach nur das ganze Ereignis in Relation zu setzen. Also das, was passiert ist, ist letztlich der Wahnsinn gewesen. Natürlich kann eine Währung 30% abwerten, aber das passiert in der Regel graduell über mehrere Monate. Der Euro hat auch jetzt gute 20% oder fast 20% abgewertet seit Juni, das ist ein halbes Jahr und auch da hat man jetzt nicht diese Extremstverwerfung gehabt, diese Schocks, wie man so schön sagt, die man jetzt beim Schweizer Franken gesehen hat. Also insofern, natürlich kann man es nicht nie ausschließen, natürlich nicht, aber das sind schon extremst, extremst, extremst Events. Die Nachschusspflicht, in der man jetzt steckt, haben ein paar Broker dazu genutzt, zu sagen, wir machen ein bisschen Werbung in eigener Sache, zum Beispiel Oanda oder Dukas Copy. Beide haben gesagt, alle Account-Imbalances, also alle negativen Kontostände erlassen wir den Kunden. Wir streichen das. Der Kunde hat damit in Anführungsstrichen nur einen Totalschaden, also den Totalverlust des eingesetzten oder des eingezahlten Kapitals. Aber er hat jetzt nicht darüber hinausgehende Verluste. Ist eine tolle Maßnahme. Man muss oder man kann die Frage stellen, ob natürlich dann, dass die Brokers sind, die vielleicht auch gegen den Kunden gehandelt haben, sprich die den Verlust des Kunden sozusagen als Gewinn vereinnahmt haben. Ich will das gar nicht weiter ausführen. Ich will es einfach nur erwähnen, weil es könnte natürlich sein, dass man dann sagt, naja, der Herr XY hat sein Konto, angenommener Kontostand 5000 Euro, jetzt auf minus 15.000 Euro gewirtschaftet. Aber wir sind mal nicht so. Wir behalten nur die 5000, also die Einlage, als unseren Gewinn und erlassen die restlichen 15.000. Also letztlich hat man zwar nicht so viel gewonnen, man hat auch nichts verloren. Aber ich will das einfach nur mal zur Diskussion stellen. Mir sind auch keine Infos bekannt, aber ich sage mal so ein bisschen der Verdacht könnte man daraus entstehen. Oder könnte daraus entstehen. Also es könnte sein, dass das der Fall ist. Muss aber nicht. Auf jeden Fall sind das natürlich marketingmäßig ganz gute Meldungen gewesen. Aber letztlich auch für Sie, wenn Sie in der Nachschulspflicht sein sollten und in Verhandlungen mit Ihrem Broker treten, ein Argument, dass man mal sagen kann, Hör mal, ihr wisst doch eigentlich, Wanda und Dukas Kopi haben uns oder haben ihren Kunden die negativen Salten einfach gestrichen, einfach erlassen, wenn man so will. Also das ist sicherlich ein Argument, genauso wie die beiden bekannten Abrechnungspreise. Wenn man also jetzt viel schlechter ausgeführt worden ist, ich kenne auch Leute, die mit 0,94 ausgeführt worden sind, könnte man doch sagen, also hör mal zu, bei AFA bin ich bei 1,04 ausgeführt worden, also 10 Punkte besser als bei dir. Wie ist es denn, wenn wir uns auf so einen Deal einigen würden? Also alles das sind Argumente, sind Punkte. Aber letztlich grundsätzlich die Nachschulspflicht, ich habe es eben schon mal gesagt, es ist eine Pflicht, man muss es, wenn man wirklich insistiert als Broker, man muss es nachzahlen. Die Frage ist, weil dann natürlich auch, kann man es nachzahlen? Und das ist wieder ein ganz anderes Blatt, wenn man es natürlich nicht kann, dann wird der Broker irgendwann auf der Forderung sitzen bleiben. Oder vielleicht ist er auch bereit, einen Deal mit dem Kunden einzugehen. Und diesen Deal, meine ich, das ist das, wo man, meine ich, am weitesten kommt. Ansonsten ist man eigentlich in so einer Art Rechtsstreitigkeit drin, weil der Broker müsste dann zum Anwalt, müsste den Anwalt beauftragen und müsste dann den Kunden eventuell auch anwaltlich auffordern, diesen Nachschul zu überweisen. Diese Nachschulspflicht besteht also. Was man hier als Argument anführen kann, ich habe es eben schon mal gesagt, die Abrechnungspreise der Konkurrenten, ich habe zwei jetzt aufgeführt, wenn Sie im Internet noch ein bisschen unterwegs sind, dann kann ich die Seite hier mal empfehlen, www.forex.com. Hier sind relativ aktuelle Meldungen zu dem Thema drin, wenn man also jetzt im Laufe der nächsten Tage von noch mehr Brokern erfährt, dass zum Beispiel so etwas gemacht wird, dann ist das Argument natürlich noch etwas, wenn man so schön will, etwas stärker, etwas kräftiger, als wenn man nur sagt, ja, es waren ja nur zwei Broker. Also man kann auf Wanda und Dukas Copy verweisen, die beide, die Nachschul, diese negative Account Balance den Kunden erlassen haben. Und ansonsten, meine ich, kommt man am weitesten, wenn man einen Deal aushandelt. Ein Deal, klar, das ist schwer, es ist auch für mich, wie ein Deal aussieht, aber ich kann einfach nur die Argumente sagen. Man kann natürlich sagen, ich biete die Hälfte zufortige Zahlung an, wenn das irgendwie möglich ist und wir vergessen den Rest. Ich kann möglicherweise auch eine Ratenzahlung vereinbaren. Ich kann sagen, ich zahle gar nichts, ich will jetzt erst mal von Rechtsanwalt Post haben und jetzt schauen wir mal, wer Recht bekommt. Aber in Klammern, da muss es sich schon so um größere Beträge handeln, damit nämlich auch dann für den Anleger der Rechtsanwalt irgendwie ökonomisch ist. Denn eins ist auch klar, man braucht natürlich in so einer Situation dann, wenn es wirklich zu einer Streitigkeit käme, auch einen Anwalt. Und der Anwalt, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil wir hier mit sehr vielen Anwälten arbeiten, der wird es auch nicht für nichts machen. Das ist ganz wichtig und ich habe in den letzten Tagen sehr viele Gespräche mit befreundeten Mitarbeitern von Brokern geführt. Es besteht auf Seiten des Brokers durchaus, ohne das jetzt in irgendeinem, sarkastisch auszudrücken, ein Interesse daran, dass man den Kunden, den es jetzt wirklich voll erwischt hat und der wirklich vielleicht jetzt sehr, sehr, sehr viel mehr verloren hat als das, was er als Einlage gegeben hat, vielleicht auch noch mehr verloren hat, als er zu Hause auf dem privaten Konto hat. Man hat überhaupt keinen Grund, den Kunden irgendwo in eine Katastrophe zu führen, sondern was man natürlich bestrebt, ist, dass man die Angelegenheit erstens außergerichtlich klärt und zweitens, in Anführungsstrichen, ich weiß, das hört sich jetzt auch so ein bisschen verrückt an, aber irgendwie fair über die Bühne bringt. Ich meine, es gibt jetzt Argumente, die ich Ihnen genannt habe, die man aufführen kann. Der Broker will natürlich auch weiter mit den Kunden zusammenarbeiten und es ist natürlich auch klar, dass man irgendwo einen Ausgleich findet, wie immer oder wie meistens liegt es dann auch irgendwo so in der Mitte. Also insofern mein Ratschlag wäre der, dass man eigentlich in Verhandlungen, in ein Gespräch mit dem Broker geht und versucht einen, wenn man so möchte, Deal auszuhandeln, einen Deal abzuschließen, der dann beide Seiten irgendwo sagen kann, okay, wir haben unser Möglichstes gegeben und jetzt ist die Sache aber auch erledigt. Das Thema wird sicherlich noch weitergehen. Wir sind noch nicht fertig mit diesem Thema. Ich werde es auch informiert halten. Das Video hat sich auch deshalb immer so ein bisschen verzogen, weil ich sehr viele neue Informationen bekommen habe. und es wird sicherlich jetzt sich auch in der Landschaft ein bisschen was ändern. Broker, die es nicht mehr so toll dastehen, werden vielleicht übernommen von größeren Konkurrenten. Broker werden wahrscheinlich was an der Margin ändern, letztlich, das muss man auch sagen, und zwar mit einem kleinen Hieb an die Broker. Wenn man mit Margin, also mit Margin, mit Hebeln von 400 plus x lockt, dann kann irgendwann mal das Desaster eintreten und genau das ist jetzt eingetreten. Deshalb meine ich, die Leverages werden runtergehen, womit ich persönlich überhaupt kein Problem. Ich würde es sogar begrüßen, wenn es so wäre, weil es einfach unverantwortlich ist, alles andere. Und insofern wird dieses Thema uns noch eine Zeit lang beschäftigen, da bin ich relativ sicher. Ich werde Sie auf jeden Fall auch bitte auf meinem Blog dann schauen, updaten bei Gelegenheit und Ihnen dann auf jeden Fall Sie weiter informieren, weiter am Ball bleiben, wie man sich weiter verhält, wie es weitergeht und wie man mit dieser ganzen Misere jetzt einfach umzugehen hat. Fürs Erste war es das jetzt. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, wenn Sie vielleicht auch neue Informationen haben, bin ich sehr dankbar, wenn Sie mir einfach eine E-Mail schreiben und dann werde ich das natürlich überprüfen, werde es vielleicht auch in die nächsten Präsentationen einfügen, einfließen lassen, so dass man einfach auf einem guten Stand dann ist, was den Informationsgrad, die Informationsversorgung betrifft. Alles klar, herzlichen Dank und bis demnächst. Ihr Heiko Seibel. Tschüss.